Hallo, hier sind wir wieder. Zivilisation 5 mit den alten Herren. Genau. Ich habe jetzt die Möglichkeit einen Spion. Spion zu nutzen. Ja. Spion. Spione? Ja. Ich habe leider noch keinen Spion. Ich habe ihn, glaube ich, falsch eingesetzt. Ich will ihn so nicht einsetzen. Muss meine Armee ein bisschen drüber schicken. So in München, was bauen wir denn da? Die wollen immer gar nichts. Ach genau, und hier oben wollte ich das Barbarenlager vernichten. Ah, so langsam komme ich wieder hinter, was ich machen wollte. Zack. Ich weiß nicht so genau, was ich jetzt machen will. Ich glaube, ich werde mal auf... Ja, auf was gehe ich denn mal? Das ist gut hier. Ich weiß nicht, was ich noch machen wollte. Einen Bautrupp bauen mache ich gleich. Oh, ich habe doch einen Spion. So, das war super. Nächste Runde. So, Wilhelm, wo willst du denn hin? Ich glaube, Wilhelm geht mal nach... Nach Theben. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das war die Frage. Ich glaube, das Euro kommt langsam wieder. Ja, sonst sind meine Einheiten ja so verletzlich im Wasser. Ich bin ein Wahlkostüm. Solange sie doch nicht an irgendwelche Walfänger gerät, bist du eigentlich in Sicherheit So, in Köln brauche ich am besten auch gleich mal eins Oh, in Frankfurt sind wir bei Bahnhof marschiert Was? Das ist ja direkt schon in meiner Nähe fast Ah, sind schon tot Ja, da bin ich aber froh Spanier, die Spanier Oh, noch mehr Die Reiter Oh, dass die Kamera immer weg geht wenn man eine Aktion erledigt So, was wollte ich denn jetzt hier bauen Ich weiß nicht Was baue ich denn in Berlin? Ich wollte das schon lange nicht mehr gemacht Was will ich denn jetzt haben? Was baue ich denn? Was ist wichtig? Nicht Da oben kommen schon Faustkeil Fläger der Barbaren Dann kommen sie mal noch weit weg Für Bautrupps habe ich dann jetzt hier Eins, zwei Reicht Tja, warte ich jetzt noch die acht Runden oder fahre ich einfach über den Ozean? Ist jetzt die Frage Ja, das musst du wissen Ich denke, ich fahre mir zwei Einheiten vor Und die ganzen wichtigen Einheiten Siedler Die kommen dann mit der Cavallerie Jetzt kommt die noch mit Pferden an So Nein, da sind schon die Barbaren Ich glaube, ich drehe doch wieder um So, hier warte ich jetzt Baba Hast du die Barbaren nicht ein bisschen umbenennen können? Ich würde sie gerne in DEZ-Mitarbeiter umbenennen Oder in Zeugen Jehovas Oder auch gerne in Katholische Pfarrer Irgendetwas, was einen stört Du bist hier der Gründer des Katholizismus Katholizismus Wie auch immer Da siehst du, was ich von meiner Religion halte Ja Momentan tut sich ja so einiges Was den katholischen Glauben betrifft Der Papst Der jetzige Ist ja sehr Offen Ich glaube, er hat auch gesagt Dass es auch begrüßt werden Frauen Im Amt Ähm Na Beitreten Danke Bitte Danke, genau das meinte ich Hm So Das Barbarenlager ist auch endlich weg So Berlin, was bauen wir denn jetzt? Eins darf du sie hören Hm Gucken, neun Runden Wenn ich jetzt zur Forschung gehe Acht Runden, naja So ihr Berliner Hier geht es um Vorlaufwissenschaft Bringt gar nichts Toll Na, macht was er wollt Es gibt Aufstände Erste Mai Demonstration Etc Etc Pass auf Können sie machen Die fangen an Einen Bahnhof zu bauen Der nie fertig wird Oder einen Flughafen zu bauen Der nie fertig wird Sollen sie nur mal versuchen So die Frankfurter Was kann ich denn Für euch mal Gutes tun Welches Welches Janerfolg Kam bei Den Kamalbüchern Vor Winnetou Wann die Apachen, oder? Ja Ach schade Da bin ich doch so sehr Von mir überzeugt Also links unter Frankfurt ist hier die Stadt Sevilla von den Spaniern Genau daneben ist deren Haupt Madrid Ja Da unten haben wir Washington Da bist du Hier bin ich Haben wir eigentlich schon Botschaften getauscht? Ja Haben wir Gut Oh Politik Hm Mein Spion hat herausgefunden Dass Chicago Gegen Äh Dass Washington Gegen dich Geheime Pläne schmiedet Ja Das werden sie wahrscheinlich Auch gegen dich machen Aha Wollte ich nur vorwarten Ramses Der zweite Plant Gegen Gaji Gajamada Wer ist das? Keine Ahnung Wer das ist Was muss ich erforschen Um eine moderne zu erreichen? Hm Auch das kann ich dir nicht sagen Nein Oh jetzt hab ich Falsch geklickt Verdammt Das kann ich mir hier den Film Doc mal anschauen Wieso Ich bin gerade durch den Katholizismus an die Katholizismus Wow Kampagne aus Dogma gekommen Mit Kumpel Jesus Hab ich ja Lust diesen Film zu schauen Sie sprechen Kumpel shut um Oh Offensichtlich brauche ich für den Verbrennungsmotor gar kein Öl. Öl findest du ja erst wenn du die Medizin erforscht hast du schon die Biologie nein aber ich wundere mich gerade weil ich kann Verbrennungsmotoren erforschen aber dafür brauche ich keine Biologie also kein Öl das ist ganz seltsam das ist ein ganz anderer Forschungszweig ich denke ich mache es trotzdem Öl ist immer wichtig aber natürlich so ihr geht hier nach Berlin schon die Kohle gefunden Kohle ja habe ich noch gar nicht gesucht also ich habe keiner von der Karte hast du Kohle nein ich habe es noch gar nicht erforscht ich auch nicht hätte sein können ich will doch wissen womit ich die Moderne freischalte ich müsste eigentlich dabei stehen ich müsste eigentlich dabei stehen mal Ja. Na ja. So. 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 Oh, was habe ich denn hier, wen habe ich denn da, die Ägypter? Du bist nicht Ägypten, oder? Nee, du bist das Deutsche Reich. Ich wollte es gerade sagen. Oh, die Ägypter haben schon Inquisitoren. Für den Islam. Ja, juhu. So, ja, ähm, ja, 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 dann machen wir das mal so und dann mal so. So, noch zwei Runden, dann ist mein erstes Kampfschiff fertig. Ägypter habe ich schon längst entdeckt, so wissen, zack, zack. Handeln, was kann man da mit denen handeln? Ich würde ihnen einmal das anbieten, hätte von ihnen gerne das. Wie, nicht annähernd genug? Ahaha, das kann er gleich knicken. Ist ein bisschen raffkirch, der Ägypter. Ja, alle KIs. Nicht alle, aber der Ägypter besonders. Wollte Luxusgut 1 zu 1 tauschen, aber wollte noch Pferde haben, noch zwei andere Luxusgüter. Nee. Doch, machen die so nicht. Nicht alle. Nicht alle. Oh, bei Chicago brennt es. Ich würde sagen, das wäre ein Barbar eingefallen. Ein Reiter ist da langgeritten vor ein paar Runden. Ah. Kommt langsam, das längste hier in unserem Let's Play sind die Wartezeiten. Das stimmt. Wären nicht so lang, würde es weitaus schneller gehen.